super willkommen mein und ich bin gerade mitnehmen kann weil die typen mich einfach so mal von hinten genommen haben wenn ich nicht habe und dem park gerade angefangen ab ja wir kommen zurück zuletzt und ja in der letzten folge sind wir durch die kuka eisöl gegangen und haben da wollte ich mal machen damit fallen steht noch 1 2 3 4 nur um ganz sicher zu sein ich möchte den titel aus dem weg räumen und ja wenn wir noch vorgenommen ich habe eigentlich nicht vorgenommen diesen kampf zu machen aber naja wenn wir schon dabei sind jetzt gehen wir mal die verschiebungszeiten ja super und ja wir sind jetzt wir gucken erst mal was hier ist statt stadt dorf wälder zivilisation wieder wo am i glad to see you i'm so glad you're all safe wunderbar ja er ist auch wieder da oh oh do i know you i've never seen you before huh why i am your elder sister 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 huh what's going on music this may be our first time speaking true yet we are both spirits born into this world at nearly the same time well you definitely are spirit that much i can believe no need to be so suspicious what could a spirit gain from impersonating your sister you are maxwell after all ja wessen grund sollte man haben was was because you summoned me before him or rather your powerful feelings for him summoned me really could that even be possible i don't know i'll admit i've been hearing a voice in my dreams oh nein ich hab schon gesehen wenn das ist nein der zeige jinn so die information was korrekt ich habe keinen bock gegen ihn nochmal zu kämpfen ich verstehe nicht was er sagt ich höre überhaupt nichts so extreme measures were only necessary to prevent an apocalyptic war between two superpowers you have my word that we at exodus will do all in our power to preserve your safety and your livelihood Ich glaube, wenn er aufmacht, hört man es besser. Aliens! Ja. Weil jeder natürlich 20 Chancen verdient hat Man helfen Du musst aber schon ganz schön was richtig gut machen Damit du bei mir hier positive Punkte bekommst Ich meine, wenn ein Charakter Ein Arsch ist oder Ich gehe gleich jetzt mal shoppen Und Ja, die ganze Zeit verrät Da muss schon was richtig Gutes Am Ende kommen Damit man sagen kann Dieser Charakter ist in Ordnung Aber bis jetzt, ne So, Mela's Schwester So, Mela's Schwester Wait, hold on, I didn't mean anything Oh, okay then Sheesh, every bit the painter's sister is in a completely different way Ja Jude's Feeltritt I have you to thank for saving Jude Constantly He was able to film me with loads of manna I, I had no idea you were that kind of man Mela, wait, why is she so angry I, I can't believe you'd ask me to explain that to you Do you just want to hear me say it? Is that what you're into? Someone tell me what is going on with the spirits Ja, it's so schön Ich bin genauso verwirrt übrigens So, lang ist es sehr Was können wir denn hier aufbauen? Ja, ich wollte ja alle Ja, scheiß auf Wollte alle so gleichmäßig aufhören Aber Wird mal nix raus Flamberg Sag, ich hab ja noch so diese anderen Dinger Kann ich noch was rausholen Der Spezialdinger hier Umbau für nur 20 Nachher aufhören muss ich ja auch noch alle Ja, das schafft man ja gar nix mehr in diesem part Super So, nein, aber doch Ich sollte wirklich alles hier reinballern Weil ich glaube nicht, dass ich hier noch solche Sachen Gehen und wieder mal brauche Wow Und alle so ungefähr level 58 So, dann haben wir mal das hier mal Ui Sag Jetzt bekommt Cool Cool Und Na Na Sag mal noch Nichts Doch Ja Was sollt ihr Kommen Ein heiligen mantel Da muss ich eigentlich auch noch kriegen Wo war hier Und sagt Ja, lacht Cool So, dann kann ich hier nochmal alle Charaktere aufnehmen Nach einer zwei level gut aufsteigen Verschlag Jetzt juckt mir mein rücken Letzte aufnahme Wenn die ganze Zeit in der Hase Erkratzen Juckt es mich am rücken Aufsteigen Das schlag Okay Oh, das hat sie hier noch alles Was? Azmaximum Ja Hallo Und Verlängerung Überschreibungsverlängerung Oh, cool Und nochmal zwei Geil Ach, ich habe ja noch mehr Ich habe jetzt irgendwie nur so im Kopf Ein level abgab So, wo ist Das ist noch eine Art Ich darf mal gar nicht so viel Arzt holen Ich komme völlig aneinander Ich glaube mehr schaffen Wenn sie ein paar nicht Oh, das hat noch gereicht Geil Die Video und Kohle hat sich ausgeweidet Ich glaube ich sollte mal hin und wieder auch zu dem ersten Dinge wieder wechseln Da sind ja auch noch nicht alle Sachen Ja, ich weiß, vielleicht bekommen wir ja was Cycloon Okay Ähm Fp Da ist die nächste Art Sonnenregen Stärke Und Wart haben wir noch Schnellen Schritten Wenn keiner Akzeptverbraucht Cool Bei Gebrauch eines Arztes Beliebenden Steigt die Resistenz Ging alle Elemente Für 8 Sekunden 30% Cool Ja Klingt schon verlockend Ähm Äh Da haben wir sind fb Und warum du hast 12 Du musst natürlich wieder voll übertreiben Arzt 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 Nö Was warum keine Arzt TP Da kommt auch Das hier Und das hier Und das hier Und was haben wir hier Hier fehlt noch ein Problem Und wir schaffen nichts mehr in diesem Pfad Super Wenn keine tp verbraucht Nehmen wir hier Fp Par tp Par kp Und zauber Und felsweizer So Händler hat erledigt Titel Nö Okay So Aufwertigkeiten Perfekt Tp Ja Ähm Hat noch Äh 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 Die sind nicht so gut Sauberschutz Äh 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 Ja Äh Äh Rowan Wie gesagt Das muss ich immer übertreiben So Rüstungen Äh 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 Wenn die kann mir ein paar Sachen hinterher Niemand Noch release Mein Gott haben wir viel Geld Äh 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 Ich weiß noch gar nicht mehr Äh Äh Machen wir im nächsten Part So liegt hier noch irgendwas Das ist Äh 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 Danke Danke Diese So Jungen Jungen Ach Items muss ich auch noch holen Egal Äh Dann würde ich sagen Das war es dann für die Das war es dann für ein paar Sachen Ja 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 Und ja Ich würde sagen Ich bin dem Partier und wir sehen uns im nächsten Part Von jetzt bei Tats of City Ja Tschüss Ich bin dem Partier Ich bin dem Partier auf." Äh Meine